Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia, unser Herr und unser Gott, unser Elohim. Willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. Halleluja. So, ich fühle mich so frei. Ich danke Joshua Maschia für den Moment. Und unser Herr hat uns befreit. Er ist also auf diese Erde als Mensch gekommen, damit wir in der Freiheit, damit er uns also von der Sünde befreit. Halleluja. Ich möchte also von dieser Freiheit heute mal kurz eingehen, weil die Bibel sagt also ganz klar in Galater Kapitel 5, Vers 1, Also, dass wir durch Christus, wir sind frei geworden. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir in der Freiheit leben können. Damit wir ein befreites Leben führen können. Halleluja. Frei von der Sünde, frei von vielen menschlichen Traditionen und so weiter. Und das möchte ich gerne so heute eingehen, weil, liebe Geschwister, wenn wir nicht aufpassen, obwohl wir alle sagen, dass wir Joshua Maschia folgen, wir sind frei, er hat uns also befreit, Aber wenn wir nicht aufpassen, fallen wir trotzdem noch wieder in eine gewisse Gefangenschaft. Also, wir werden trotzdem noch gefangen von irgendwelchen Theorien, irgendwelchen Theorien oder Philosophien oder Traditionen, Überlieferungen von Menschen. Wenn wir nicht aufpassen. Halleluja. Gehen wir mal in den Worten von Joshua Maschia. Schauen wir mal also, aber bevor ich also irgendwelche Versen noch aufmache, aber schau mal zu. Guck mal also die Gemeinde heutzutage. Wir haben so viele Denominationen, so viele verschiedene Organisationen, Gruppen, also Vereine, das ist nicht schlecht. Ich finde es sogar gut, also dass es Vereine gibt, Organisationen gibt, also die, die sich also versammeln, um bestimmte Ziele zu erreichen, bestimmten Menschen zu helfen und so weiter. Aber, aber schaut mal trotzdem, also die ganzen Denominationen, die ganzen Konfektionen, die ganzen, diese, alle diese unterschiedlichen Konfektionen, die uns also irgendwie, irgendwie trennen. Die, die schicken, also die, die trennen uns also von der wahre Liebe und wahre Freiheit, die Joshua Maschia uns gegeben hat. Weil normalerweise sollten wir alle nur eine Gemeinde sein, weil Joshua Maschia nur eine, eine Gemeinde zurückholen wird. Er sagt, ich baue meine Gemeinde. Also die Gemeinde von Joshua Maschia ist basiert, ist auf, ist aufgebaut auf Joshua, Jesus Christus allein. Jesus Christus allein. Die Bibel sagt sogar, pass auf, also wie ihr auf diese Grundsteine so baut. Ich habe also einen Grundstein gelegt, also sagte Paulus, aber pass auf, also wie ihr drauf baut. Das Problem, also ist also, dass jeder kommt und baut, wie er will. Jeder kommt und baut, tut, was er will. Und was passiert, die Menschen werden trotzdem noch in der Gefangenschaft. Nehmen wir die Bibel in Galater Kapitel 5, Galater Kapitel 5, also genau diese Verse, was ich am Anfang gegeben habe. In Galater Kapitel 5, also Vers 1, da steht hier ganz klar, ich mache das also noch größer. Aber für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Er hat uns also für die Freiheit frei gemacht. Das heißt also, es geht darum, Menschen, die in einer gewissen Gefangenschaft waren. Leute, die versklaven wurden von der Sünde. Und die, wir wurden von Joshua, Maschia, Jesus Christus, befreit. Er hat uns also von der Sünde befreit, von der Knechtschaft, Knechtschaft befreit. Von dieser Gefangenschaft befreit. Und dann geht also dieser Vers weiter. Lieber, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Liebe Geschwister, die Bibel sagt hier, ab 8, passt auf. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder, lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Weil wir, wir fühlen uns also so frei, frei, dass Jesus Christus, Joshua, Maschia uns von der Sünde befreit hat. Von dieser Knechtschaft befreit hat, von dieser Gefangenschaft. Wir fühlen uns also, unser Herz ist also, wow, Herr, wir lieben die Menschen. Wir lieben die Nachbarn, alle Leute blödlich. Alles ist so schön. Und dann passiert etwas. Dann kommen Menschen oder kommen irgendwelche Denominationen, kommen Konfektionen und bringen uns also in ihre sogenannte Sklaverei, ihre Knechtschaft. Wir werden von irgendwelchen Traditionen, Überlieferungen, irgendwelchen Sachen wie zum Beispiel, du darfst das nicht tun, du darfst das, du darfst das, du gehst, du darfst nicht zu diesen Leuten gehen. Du darfst nicht so und so und so. Und blödlich befindet man sich also wieder in der Sklaverei. Menschen, die kommen, die sagen, oh, pass auf, der da ist also eine Hexe, die da, die treiben also Hexerei. Und blödlich haben wir Angst vor Hexen, Angst vor Dämonen, obwohl Joshua, Maschia uns die Macht gegeben hat, die Dämonen auszutreiben. Wir haben blödlich also Angst vor dem Teufel, weil wir wieder in eine Sklaverei, in eine Gefangenschaft also zurückgebracht wurden. Und hier steht, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei. Das ist eine Belastung. Ein Joch der Sklaverei belasten. Liebe Geschwister, ich fühle mich so frei. Ich fühle mich so frei, dass Joshua, Maschia, mein Herr ist. Ich fühle mich so wohl, so wohl, dass ich zu den Menschen gehen kann. Ich kann Menschen lieben, wie der Herr es will. Halleluja. Halleluja. Die Freiheit schmeckt so gut, die Freiheit in Joshua, Maschia. Die Freiheit, also Joshua, Maschia zu folgen, ist, wow, wunderbar. Die Liebe an die Menschen zu geben, ohne dass ich Angst vor irgendwas habe. Zu den Menschen zu gehen, zu sagen, Joshua, Maschia ist unser Herr. Er hat mich befreit. Er liebt dich. Er liebt mich. Er liebt uns alle. Diese Freiheit. Die Bibel sagt hier, lasst euch nicht wieder, lasst euch nicht wieder dieses Joch der Sklaverei belasten. Könnt ihr euch vorstellen, dass es Leute gibt, die haben also Joshua, Maschia als Herr bekommen. Die fühlen sich also so frei und wollen von Joshua überall erzählen, aber gehen in eine Gemeinde und dort sagt der Pastor, nein, bevor ihr zur Evangelisation geht, braucht ihr also meine Zustimmung. Jemand geht da raus, sieht also eine Person und möchte gerne von Joshua bezeugen, aber er kann das nicht, weil er die Zustimmung von seinem Pastor nicht bekommen hat. Das ist ein Joch der Sklaverei. Und diese Person wird komplett aufgehalten, die Liebe von Joshua, Maschia auch zu üben. Liebe Geschwister, oder jemand kommt zu dir und sagt, hey, pass auf, dieser Bruder oder diese Person ist eine Hexe. Diese Person übt Hexerei oder ist von Dämonen besessen. Und dann plötzlich hast du Angst, in der Nähe von dieser Person zu sein. Hast du Angst zu essen, also bei dieser Person zu gehen oder übernachten. Angst, 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 Angst. Wo ist die Freiheit? Und dann kannst du die Person nicht mehr richtig lieben. Hey, ich fühle mich so frei, Halleluja. Frei, Joshua, Maschia. Dass du mich also von allen diesen Dingen befreit hast, Joshua. Es gibt verschiedene Arten von Freiheit. Joshua hat uns also von verschiedenen Sachen befreit. Oh, Halleluja. Oder lesen wir mal so eine Geschichte in der Bibel. Ah, jedes Mal, wenn ich das so sehe, in Johannes Kapitel 8. Halleluja. Ihr werdet die Freiheit erfahren und die Freiheit wird euch frei. Also die Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. In Johannes Kapitel 8, Vers 31. Gehen wir mal also Vers 31. Diese Geschichte, also wenn man Johannes Kapitel 8 liest, das ist so interessant. Da gibt es also eine lange Diskussion zwischen Joshua und die Israeliten und den Menschen dort. Und es ist also ein Hin und Her. Und dieses Gespräch ist so wunderbar. Und da steht also wahre Freiheit sogar als Titel. Also, ab Vers 31. Jesus sprach, Joshua sprach nun zu den Juden. Liebe Geschwister, pass mal auf. Pass mal auf. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Es geht um Leute, die an Joshua geglaubt hatten. Leute, die Joshua gehört hatten und an ihn geglaubt hatten. Wow. Und dann sagt er, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Ich dachte, man wird wieder sein, wenn man nur an Joshua glaubt. Nein, 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 nein. Das Wort hier sagt, wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Aber er hat an Leute gesprochen, die an ihn geglaubt hatten. Könnt ihr euch das so vorstellen? Es geht um Leute, die geglaubt hatten. Nicht um Heiden, nicht um Leute, die nichts mit ihm zu tun haben wollten. Nein, nein, die hatten an Joshua-Maschia geglaubt. Und dann sagte Joshua, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Was ist das, euer Jünger? In Matthäus, Kapitel 28, also Vers 19, sagt Joshua-Maschia, geht in die Nationen und macht alle Nationen meine Jünger. Lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Zu folgen alles, was ich euch gelehrt habe. Sagte Joshua-Maschia in Matthäus 28, Vers 19. Diese Bibelferse ist so berühmt. Macht alle Nationen zu Jüngern. Und hier sagt Joshua-Maschia, um ein wahrhaftiges Jünger Joshua-Maschia zu sein, muss man in seinem Wort bleiben. Deswegen sagen wir die ganze Zeit, zurück zum Wort, zurück zu Joshua-Maschia. Halleluja. Nicht zurück zu irgendwelchen Menschen, irgendwelchen Konfektionen oder sowas. Nein. Zurück zu Joshua-Maschia. Nur zu ihm. Halleluja. Weil er derjenige ist, der uns befreit. Er ist der Befreier. Er ist der Heiler. Joshua-Maschia. Halleluja. Oh Herr, ich preise deinen Namen. Ich danke dir, Joshua-Maschia. Und dann, dieser Begriff, also Jünger. Dieser Begriff Jünger auf griechisch ist Matete. Also Matete bedeutet ein Student. Ein, äh, äh, jemand, der die Lehre folgt. Ein, äh, ein, äh, wie sagt man, ein Schüler, Student-Schüler. Und Jünger heißt einfach, es ist also ein Schüler, er lehrt, er wird gelehrt, er bekommt die Lehre von seinem Meister, folgt seinem Meister und tut alles, was sein Meister ihm sagt und wird und tut alles genauso, wie sein Meister zu werden. Er will genauso wie ein Meister werden, wenn Joshua-Maschia unser Herr, unser Meister ist und wir die Jünger sind. Kein Wunder, dass wir unbedingt in seinem Wort bleiben müssen, damit wir genauso wie ihn werden. So ist das, dieser Begriff, also Christen. Was bedeutet das, so Christen? Die Christen sind Leute, die Ehren, die Joshua-Maschia folgen. Die Jünger von Joshua, die Jünger von Jesus Christus. Aber was passiert heutzutage? Was passiert? Die Menschen, du siehst also, die Menschen gehen in eine Gemeinde und laufen wie den Pastor dort, tun Dinge wie der Pastor. Alles, was die Gemeinde dort sagt, die sehen genauso wie diese Person, reden genauso wie die Person. Ist diese Person ihr Meister oder geht es um Joshua-Maschia, unser Meister? Und so werden wir wieder in ein Joch der Sklaverei belastet. Wir kommen wieder, wir werden wieder von irgendwelchen Gruppen, Zugehörigkeiten, also, wie sagt man das, also, andoktriniert, also, wir kriegen alles von solchen Gemeinschaften und folgen nicht mehr Joshua-Maschia. Und deswegen sagt Joshua hier zu diesen Menschen, die Juden da, die an ihn geglaubt hatten, die hatten schon geglaubt, er sagte, bleibt in meinem Wort. Und wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger. Vers 32. Und dann passiert etwas. Wenn wir in seinem Wort bleiben, dann passiert etwas. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Halleluja. Wenn wir in seinem Wort bleiben, so werden wir die Wahrheit erkennen. Erkennen, liebe Geschwister. Und diese Wahrheit wird uns frei machen. Oh, Joshua, du bist so wunderbar. Joshua, du bist so wunderbar. Du bist so wunderbar. Liebe Geschwister, manchmal leben wir als Christ und wir realisieren, wir sehen nicht mal, dass wir schon in einer gewissen Gefangenschaft sind, in einer gewissen Sklaverei sind. Wir merken das nicht. Solange wir nicht im Wort bleiben, solange wir unsere Gemeinde nicht mit dem Wort vergleichen, werden wir in der Sklaverei bleiben. Solange wir unsere Freunde, unsere Brüder, unsere Geschwister und die Leute, die um uns sind, wenn wir diese ganze Umgebung, unsere eigene Welt mit dem Wort nicht vergleichen, werden wir weiter in der Sklaverei bleiben. Ja, ja, es ist so. Wir werden in der Sklaverei bleiben, weil unsere Welt wird uns genau sagen, was wir tun müssen, statt das Wort des Herrn. Und wenn wir den Vergleich nicht tun, werden wir irgendwann mal sagen, okay, ja, die Welt ist in Ordnung, alles ist okay. Meine Gemeinde, meine Freunde, meine, keine Ahnung, es ist alles okay. was sie tun, mache ich auch. Und so fällt man so in diese Gefangenschaft. Wow, liebe Geschwister, es ist verrückt. Es ist verrückt, aber so ist es. Du sagst, du betest, du liest das Wort, du denkst, du denkst die ganze Zeit, ja, ich bin ein Christ, ich bin ein Christ, ich bin ein Christ, aber du weißt überhaupt nicht, dass du in der Sklaverei bist. Halleluja, Halleluja. Kolosser Kapitel 2, ach, ach, Kolosser Kapitel 2, als ich das gelesen hatte und da drin, also habe ich also festgestellt, wow, so kann man wieder in die Gefangenschaft kommen. So kann man wieder, so kann man also wieder zurück, also in diese Sklaverei kommen. Sieht zu, ab Vers 8, also Kolosser Kapitel 2, Vers 8, sieht zu, sieht zu, andere Übersetzungen sagen sogar, habt acht, oder passt auf, oder, äh, ähm, ja genau, sieht zu, es bedeutet einfach, passt auf, habt acht, Vorsicht, ja, genau, das bedeutet, da gibt acht, da gibt es irgendwas, diese Begriffe, gebt acht, oder ab, habt acht, sieht zu, auf, ähm, auf griechisch ist es so, Plebo, hey, es verlangt hier eine, eine, wie sagt man das, also ein Urteilsvermögen, du musst also hier, du musst hier aufpassen, du darfst hier also ein gewisses Urteil bringen, Urteilsvermögen, also eine Unterscheidung, du sollst hier die Augen aufmachen, sieht zu, pass auf, Vorsicht, so fängt es an, dieser Vers acht, gebt acht, dass niemand euch einfängt, he, 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 niemand euch einfängt, einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß, liebe Geschwister, hab acht, Vorsicht, passt auf, dass niemand, hier geht es also um Menschen, wir müssen es also so sehen, unser Herr Joshua Maschia hat uns also von der Sünde befreit, er hat uns also von der Sklaverei der Sünde befreit, es gibt so viele Versen, so viele Versen der Bibel, sie sagen Joshua Maschia ist gekommen, um uns zu retten, retten von was, retten von der Sünde, aber er ist auch gekommen, um uns also von Menschen, Menschenlehre, auch zu befreien, weil es passiert, es passiert, wenn die Bibel sagt, also ganz klar hier, seht zu, dass niemand, niemand, hier sind da so Menschen, pass auf, niemand euch einfängt, ein fängt hier, das ist wie, das ist also, wie eine Falle, du, man, man stellt da so eine Falle und dann kommst du und dann fällst du da rein, zack, er verführt dich, einfach hier ist es wie eine Verführung, er nimmt dich, bringt dich in eine bestimmte Richtung, du bist also auf den Weg des Herrn gegangen und dann kommen also die, kommen Leute, Menschen, Konfessionen, Gemeinschaften, Gruppen, Zugehörigkeiten und die bringen dich also in eine andere Richtung und hier steht, durch die Philosophie, hey, Philosophie, Philosophie, also kommt das aus, Christisch, also das ist Philosophia, Philosophia, das ist einfach, die Liebe, bedeutet die Liebe zur Weisheit, die Liebe von menschlicher Weisheit, menschlicher, wie die Leute, also die schönen Wörter und so weiter, hm, das ist einfach wie die Theologie, Theologie, wo die Menschen, also, die bekommen nichts anderes als eine menschliche Wissenschaft, das ist nur menschliche Wissenschaft, nicht basiert auf dem Wort des Herrn, nicht basiert auf Joshua, Maschia, nicht basiert auf dem Wort des Herrn. In Jakobus, oh, ich gehe schneller, in Jakobus Kapitel 3, dann komme ich wieder auf Kolosser 2, Jakobus, Jakobus Kapitel 3, Vers 15, Jakobus Kapitel 3, Jakobus Kapitel 3, Vers 15, Jakobus Kapitel 3, Vers 15, steht hier, wer ist weise und verständigt unter euch, er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanfmut der Weisheit, also, ich bin also in Vers 13, Entschuldigung, gehe ich also in Vers 15, dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, dämonische Weisheit, die Weisheit also von den Menschen, diese sogenannte Weisheit, die irdisch ist, die Bibel nennt das also dämonisch, ja, dämonisch, das ist irdisch, das ist nicht von oben, es kommt nicht also von Joshua, das ist irdisch, und in dieser Weisheit, die Weisheit dieser Menschen, die bringen uns also weit weg, also von dem Wort des Herrn, oh ja, von dem Wort des Herrn, deswegen sagt auch Paulus, also in 1. Korinther Kapitel 2, irgendwo dort, er sagte ganz klar, also ich predige, meine Predigt besteht nicht in Traditionen, oder Worten der Weisheit der Menschen, sondern in der Weisheit des Geistes, Halleluja, die Kraft des Herrn, und das alles, damit der Glaube, damit der Glaube nicht auf Menschenweisheit, nicht auf Menschenweisheit beruhe, oder besteht, nein, sagte er, in 1. Korinther Kapitel 2, ich glaube auf Vers 4, dort, sagt Paulus dort, damit die Menschen, also seine Predigt, war nicht auf Menschenwörter, oder Traditionen von Menschen, oder Weisheit von Menschen, nein, 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 diese Kraft kommt also von oben, damit, damit die Menschen auch sehen, das da, ist die Kraft des Herrn, Halleluja, 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 zurück zum Kolosser Kapitel 2, liebe Geschwister, liebe Geschwister, diese Philosophie der Menschen, diese, diese, äh, ähm, diese leeren Betrug, nach der Traditionen der Menschen, oh, du darfst nicht so beten, wenn du so beten, du musst also nur auf die Knie beten, oder du darfst nicht so stehen beten, du darfst, äh, beten, darf man nur, äh, wie sagt man das also, äh, mindestens eine Stunde, nein, das ist, das ist, so steht das nicht in der Bibel, nicht weil Joshua, also zu den Jungen sagte, hey, hallo, ähm, ihr habt nicht mal so eine Stunde mit mir, äh, äh, also gewacht, im Gebet, und dann machen die Leute das also eine, eine, äh, wie sagt man das also, eine Theologie, eine Lehre und so und Sagen, oder ein Gesetz, dass man unbedingt eine Stunde beten soll, was soll denn das, was ist das für ein Quatsch, das ist nicht das Wort des Herrn, die Philosophie der Menschen, falsche Lehre, wenn du den Zehnten nicht zahlst, wirst du nicht, wirst du nicht gesegnet, wo, der Zehnte war, das war das Gesetz, Mose, ja, und viele Leute geben das Geld, geben, geben, und denken, dass durch diese Art zu geben, werden sie von dem Herrn, dann werden sie dem Herrn also wohlgefallen, aber die Bibel sagt ganz klar, ohne Glaube kann man nicht, unser Herr wohlgefallen, nur der Glaube an Joshua Maschia, in 1. Korinther Kapitel 13, habe ich also das letzte Mal gegeben, wenn ich die Liebe nicht habe, habe ich nichts, ich kann so viel tun, so viel, so viel tun, wenn ich die Liebe in meinem Herzen also nicht habe, bin ich verloren, bin ich verloren, in viele Gemeinden, viele Versammlungen, kommen also Leute mit falscher Lehre, Oh, pass auf, mit irgendwelchen Prophezien, irgendwelchen Weissagungen, irgendwelchen Sachen, Oh, pass auf, Gott sagt, Gott sagt, pass auf, liebe Geschwister, ihr müsst aufpassen, die Menschen, die immer sagen, Gott sagt, Gott sagt, Gott sagt, schau mal ihre Leben, ihr müsst ihr Leben gucken, nicht immer Gott sagt, Gott sagt, Gott sagt, Gott sagt, und dann machst du die Dinge, und dann bist du nicht mehr befreit, mit dieser Gott sagt, können sie auch Menschen in ihre Gefangenschaft nehmen, hab Acht, sieh zu, dass jemand euch nicht, durch diese Philosophie der Menschen, in eine, wie sagt man das, gewisse Gefangenschaft, ein Joch nimmt, ich erinnere mich, also da gab es, vor ein paar Jahren, hatten wir, äh, ein Buch, also Bücher von ihnen, äh, eine Person da gelesen, ähm, über, ja, sie war in der, die Person war in der Hexerei, äh, ne, oder gab es also viele Hexen, und sie hatte, ähm, viel mit dieser Hexe erlebt, liebe Geschwister, du liest das Buch, am Ende, am Ende hast du Angst vor Dämonen, weil die Dämonen so, wie sagt man das, so erhebt wurden, man hat das von ihrer Macht, die ganze Zeit, die ganze Zeit geredet, und, 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 und du siehst Dämonen überall, sie gucken mal, also die Leute, die so, so viele Stunden beten, und, und, und brechen, und, und, und keine Ahnung, Dämonen austreiben, Dämonen austreiben, stundenlang, stundenlang beten, 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 damit die Dämonen, die Dämonen ausgetrieben werden, die beten mit Angst, die treiben Dämonen mit Angst, und sobald also jemand kommt, ich bin eine Hexe, haben sie Angst sogar, für diese Person zu beten, ich bin ein Zauberer, haben sie Angst, für diese Person zu beten, Angst in der Nähe von dieser Person zu sein, Angst, in einem bestimmten Ort zu schlafen, Angst, meine Güte, Joshua Maschi hat uns befreit, oh, Halleluja, ich bin frei, frei von Menschenlehre, frei, frei von allen diesen Dingen, Halleluja, 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 sieh zu, du musst also, du musst also deine Urteilsvermögen hier haben, da musst du, du siehst zu, okay, auf Englisch discernment, du musst da gucken, stimmt das, du hast das Recht, dich solche Fragen zu stellen, nicht, nicht, weil jemand ein Gesehen ist, nicht, weil, weil jemand, also so, keine Ahnung, er ist also ein Priester, ein Pastor, oder ein Bischof, oder keine Ahnung, du hast das Recht, du hast das Recht, dein Urteil, darzubringen, du darfst sagen, hm, ich bin einverstanden, oder nicht, ja, du brauchst also ein gewisses Urteilsvermögen, deswegen sagte Jesus in Matthäus Kapitel 24 auch, habt Acht, seht zu, dass niemand euch verführt, weil es viele Verführungen geben wird, viele, Halleluja, Halleluja, dass niemand euch einfängt, durch die Philosophie, Philosophia, Philosophie, die Lehre der Menschen, die, 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 die Liebe zur Weisheit, he, ha, und die Bibel sagt, das ist irdisch, das ist irdisch und dämonisch, wow, und danach, und Lehre, Betrug, hm, Betrug, Halleluja, Betrug hier bedeutet auch Verführung, das ist auch die Verführung, nach der Überlieferung, Überlieferung Traditionen der Menschen, die Traditionen der Menschen, ja, weißt du, bei uns machen wir das so, bei uns machen wir so, aber was sagt das Wort des Herrn, was sagt das Wort des Herrn, was sagt Joshua Maschia, wenn wir Joshua Maschia als Herr haben, als Meister haben, als, äh, ja, wie sollen ihm folgen, weil er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und das, ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Vater durch mich, aber diese Überlieferung, diese Traditionen, ja, in unserer Gemeinde, bevor wir beten, wir müssen erstmal auf die Knie gehen, und wenn wir auf die Knie gehen, dann stehen wir auf, dann machen wir so, dann machen wir so, so und so und so, und die Menschen sind nicht mehr frei, die Menschen sind nicht mehr frei, in unserer Gemeinde, darf man nicht hier singen, darf man nicht so und so und so und so, eh, Überlieferungen der Menschen, wir werden, nächstes Mal vielleicht also eine, eine Lehre, über diese Überlieferungen der Menschen, die Traditionen der Menschen, es gibt wahnsinnig viele, viele Traditionen, viele, die nicht mal mit dem Herrn zu tun haben, was Joshua, Maschia von uns braucht, er will unser Herz, er will unser Leben, er will hineinkommen, was bringt es, es gibt, die Bibel sagt sogar, sogar es gibt, die Pharisäer, die glauben also durch lange Gebeten, die beten so lange und denken, dass sie so den Herrn gefallen können, und dann sind hier, dann sehen wir Leute, die beten zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden, ich habe nicht gesagt, also das ist schlecht, so lange zu beten, bitte versteht mich nicht falsch, bitte versteht mich nicht falsch, man kann so lange, wie man will, beten und fasten, und, 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 das ist die Freiheit, die Joshua uns gegeben hat, aber macht das nicht eine, wie sagt man das, also wie eine Tradition, oder eine bestimmte Lehre, die man unbedingt folgen muss, es ist kein Muss, ich, deswegen sagt die Bibel, wer, wer Joshua Maschia angenommen hat, wer, da wo der Geist des Herrn wohnt, er führt dich, du wirst also geführt, also wie, 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 wie er will, in Johannes Kapitel 3, also Nicodemus diskutiert, also mit, mit Joshua, und Joshua sagt eben, der Geist, der Geist des Herrn, der geht also, nach links und nach rechts, du kannst nicht also irgendwie, das also in eine bestimmte Richtung bringen, nein, nein, der Geist des Herrn gibt sogar die Gaben, wie er will, ach, 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 die Freiheit, die Freiheit, es ist für die Freiheit, ei, 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 durch Christus sind wir frei geworden, liebe Geschwister, durch unsere Maschia sind wir frei geworden, und deswegen sage ich euch also heute, sei frei in Joshua Maschia, bleibt in seinem Wort, bleibt in seinem Wort, Überlieferungen der Menschen nach den Elementen dieser Welt, und nicht Christus gemäß, das ist, was die, was diese, diese Leute tun, bringen uns in eine Gefangenschaft, damit wir nicht, nach Christus leben können, statt nach Joshua Maschia zu leben, leben wir nach dieser Konfession, leben wir nach diesen Menschen, nach diesen sogenannten Pastoren, es gibt sogar Gemeinden, wo die Leute, der Pastor kommt und sagt, also alle müssen, also einen Kalender, von ihm, also haben der Verkauf, seinen Kalender, in der Gemeinde, und sagt, die Leute, die den Centen nicht bezahlt, sind, 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 keine Ahnung, ja, kriegen nichts mehr, also von dem Herrn, ich bin frei, diese, das alles hatte ich auch früher gemacht, aber heute, gebe ich nicht mehr, so nach diese Traditionen, ich gebe von Herzen, wie der Herr Joshua Maschia mich führt, Halleluja, wenn Joshua Maschia sagt, hey, es gibt da so, es gibt da so kranke Leute irgendwo, es gibt, tu das, was Joshua Maschia, die sagt, tu, vor ein paar, vor ein paar Monate gab es, ist was passiert, also, ein Bruder, befindet sich, also in einem Land, und wird, also das Wort, und, wie sagt man das, also, tut etwas, also für den Herrn, und, und dann, die Leute reagieren, komisch, ja, warum, warum hast du das getan, blablabla, aber was ist dann, wenn Joshua ihm gesagt hat, tu das, braucht diese Person, unbedingt eine Zustimmung, von irgendwelchen Leuten, hm, du bist draußen, du siehst jemanden, und bevor du das Wort, also an diese Person gibst, dann sagst du erstmal, warte, ich muss erstmal, also mein, mein Pastor, mein Daddy, oder sowas fragen, es gab sogar, jemand hat da so, ähm, irgendwo, äh, evangelisiert, und, dann haben die Leute, das also an ihre Gemeinde erzählt, und die Gemeinde, die Leute von der Gemeinde sind gekommen, haben mit dem Pastor geredet, Pastor, der Typ da hat da so, er war in dieser Stadt, und hat dort evangelisiert, und was haben sie gemacht, die haben ihn geholt, und gesagt, warum hast du das getan, du hast nicht mal, also die Gemeinde informiert, du hast uns nicht mal gesagt, seht ihr, das ist die Gefangenschaft, so werden die Leute noch, in unter einem Joch, eine Last, genommen, die Freiheit, die Freiheit, Joshua, Maschia, das Wort auszuüben, kannst du nicht mehr, du fühlst dich nicht mehr befreit, du siehst, statt die Liebe, Joshua, Maschia, diese Person zu geben, ganz frei, hast du Angst, weil es, weil es gesagt wurde, oh, diese Person war eine Hexe, oder ist in der Hexerei, Angst, 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 immer Angst, statt die Liebe zu geben, statt diese Liebe, diese Person noch mehr zu lieben, und zu beten, damit die Person befreit wird, Angst, Angst, in einem bestimmten Ort zu schlafen, Angst, also mit Leuten zu reden, mit Leuten zu speisen, Joshua, Maschia hatte also mit bestimmten Leuten gegessen, ist er gestorben, so viele falsche Lehre, so viele falsche Propheten, sagt Joshua, Maschia, er hatte das gesagt, es werden viele falsche Propheten, falsche Lehre, falsche Christen, falsche Leute, ihre Ziel, ist bloß die Kinder des Herrn, in ein Joch, in eine Gefangenschaft, zu bringen, mein Bruder, meine Schwester, hab keine Angst, Joshua ist bei dir, wieso hast du Angst, zu sagen, der Herr liebt dich, wieso haben wir Angst, Dämonen, Joshua, Maschia hat uns die Kraft gegeben, Dämonen auszuüben, wer mit dem Herrn geht, ah, Joshua, Maschia, der wird Wunder tun, der wird, oh, noch größere Werken, tun, ich, wurde jahrelang, jahrelang, von vielen Leuten, viele Leute besucht, habe von links und rechts gehört, von links und rechts gehört, so viel gehört, so viele Sachen wie, ob das also Träume, oder, oder, keine Ahnung, Prophezeiung, bla, 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 so viel gehört, der Herr hat das gesagt, der Herr hat das gesagt, und wenn man nicht aufpasst, dann fällt man also in diese, in diese, in diese Falle, du fällst da drin, und du kriegst sogar Träume, und siehst bestimmt, gewisse Sachen, und denkst, dass es also die Wahrheit ist, und du verlierst sogar deine Urteilsvermögen, du siehst, so wie die Menschen, anders als das Wort Gottes handeln, du siehst, wie sie, wie sie leben, du siehst ihr Zeugnis, du siehst das Ganze, und vergleich sie nicht mit dem Wort des Herrn, und dann gehst du einfach vorbei, so viel Zeit habe ich also in meinem Leben verloren, einfach weil ich die Menschen so hoh erhoben hatte, die Leute in meiner Umgebung so hoh erhoben hatte, statt Joshua Maschia zu erheben, darum sagen wir zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia, warum soll ich also Angst vor Dämonen haben, warum soll ich Angst also von Leuten, die Hexerei oder Zauberei oder irgendwas, Satanist oder keine Handlung so ausschüben, wenn Joshua Maschia bei mir ist, aber das ist dieses Joch, du hast das Wort, wir haben das Wort, wir vergleichen unsere Umgebung nicht mehr mit dem Wort des Herrn, und dann fallen wir in diese Falle, weil jemand irgendwas sagt, das der Herr ihnen gesagt hat, liebe Geschwister, wir müssen das mit dem Wort vergleichen, wir müssen unsere Gemeinde mit dem Wort vergleichen, wir müssen unsere Umgebung mit dem Wort vergleichen, wir müssen unsere Welt mit dem Wort vergleichen, und so werden wir die Wahrheit erkennen, und wenn wir die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit annehmen, dann werden wir befreit. ich danke meinen Herrn Joshua Maschia für die Freiheit, die Freiheit in Joshua, mit ihm zu leben, ich danke dem Herrn. mir ist lieber die Freiheit in Joshua Maschia, als die Freiheit in dieser Welt, weil die Freiheit in der Welt, das ist Gefangenschaft von der Sünde. die Freiheit in Joshua Maschia ist die Trennung von der Sünde. Befreit von der Sünde, befreit von dem Joch, befreit von dieser Belastung, befreit von dieser Gefangenschaft, befreit von Menschen und Menschenlehre, irdische Lehre. Zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Amen.